moin und herzlich willkommen zu der spiel league of legends ja wir sind haben in welten und deswegen geht alles etwas schnell weil ich noch schnell hinterher laufen muss deswegen die aufnahme so spontan startet und ja der 7.6 patch ist draußen ich spiele gegen einen galio den ich eigentlich selbst spielen wollte vielleicht supporte ich da auch aber ich glaube schon eher dass der top dann geht und ja jetzt habe ich leider keinen assist bekommen das ist nicht so stimmt weil ich noch was einstellen musste habe ich auch die falschen masterys so ein bisschen die man ihren vielleicht erkennen könnte ist ein bisschen doof aber es kommt leider vor naja muss ich jetzt klarkommen gibt schlimmeres weil meine masterys nicht mehr schnell am abändern und da hat alles nicht mehr so hundertprozentig geklappt deswegen hoffe ich einfach dass der großteil stimmt ich habe muss darauf achten dass meine kin-mastery zumindest irgendwie passt nicht totale scheiße wird ja ich habe mir gedacht falls ich gegen galio rammus oder selbst vielleicht gegen den pantheon rammus oder sonst wen es sollte machbar sein durch den klett damage und tankiness so ein bisschen verbunden sollten relativ machbare spiele sein beide teams sind relativ stark wobei ich die noch ein bisschen stärker einschätze und wem was ja das ist der galio toplay natürlich ist der galio toplay natürlich es ist der galio toplay natürlich das kommt vor ja ich habe mich davon jedes mal die ganze zeit retten lassen was ist das für eine musik was ist die ingame musik was ist das für eine musik bitte die neu ja das ist gleich jetzt was ich gar nicht aktivieren kann ey ich bin gerade so bein ab der start war richtig 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 schlecht wohl komm vielleicht kriege ich mein item noch zusammen und die haben den war weg ich bin mal dass er noch nicht da ist ich gehe jetzt auf jeden fall hundertprozent back weil ich werde jetzt auch auf die lane porten irgendwie muss ich jetzt an farmtechnisch zumindest ein bisschen reinkommen ich habe mich die ganze zeit gerade um den tower drängen lassen was richtig 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 kacke war ich habe das lange nicht mehr gespielt ich werde gucken die wave rein zu pushen und direkt wieder weg zu porten aber auch zumindest ein airbag geht will das das schönste da war ich mir jetzt nicht ganz sicher ja mal gucken die stand war jetzt ein bisschen doof also muss der rest jetzt irgendwie passen wird schon alles klappen ich bin ein klett ich hätte es gar nicht so scheiße auch wenn man ihn nicht sieht ich bin schon nicht doof und sehe das komm 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 nice das hat der galio richtig müssen ich weiß nicht genau womit ich gerade eben noch den galio bekommen habe ich bin natürlich einfach nur froh dass ich ihn überhaupt bekommen habe und jetzt da wohl gleich ein bisschen versuchen offensiver zu gehen ich gehe jetzt einfach weg farmtechnisch ist das spiel gerade ein bisschen scheiße sowas kommt aber wohl immer mal vor damit muss man klarkommen erben ja komm ich will das noch haben so soweit ich mein ulti auf mich auch immer schön schnell auf die lens zurückпринимate und dann natürlich möglichst direkt engagen Dallius mir in Farme hält, ich bin ihm zwei Kells voraus. Ah ja, ich habe ihn wohl nicht aufgemacht, weil ich ja gerade so gewohnt habe, ich habe eine zweite Kelle. Das habe ich dann aber doch relativ schnell erklärt. Gut, den Drachen sollten wir hoffentlich dann bald bekommen. Ich fürchte, dass ein Top-Leader sich Richtung Mitte verzogen hat. Aber der Jungler ist auch da, oder? Vielleicht geht es doch nicht auch schon wieder so grundlos weg, nachdem er reingepusht hat. Der Magik-Shirt bringt ihn gegen mich ähnlich zu viel. Den Jungs. Ehe. Ja, ich denke, Galio hat echt, äh, Galio. Klett hat im Early ganz gute Chancen gegen Galio, die er auch mit Endgame ganz gut ausbauen kann. Ähm, ich denke, es kann echt ein ganz guter Counterpick sein, wenn man nicht so eine Scheiße mit dem Pot zum Beispiel, so wie ich, dabei hat. Und ein bisschen besser den Farben bekommen würde. Ich finde, den Farben sind bald gegangen, wo er wegstand. Wirst du ihn irgendwie kommen lassen, weil sein OTP bringt ihm nichts, wenn er alleine ist? Der gute alte Pinkwort Bait, es klappte immer. Ich hatte ehrlich gesagt jetzt nicht erwartet, in dem Moment, dass er den dann jetzt angeht. War auch ein bisschen whisky von ihm, mit so Lowlife da ranzugehen. Aber ich hab's ganz gut ausgegeben, mein Wort steht immer noch. Okay, das ist vermutlich das nächste, was fallen wird, dieser Wort. Ach naja, ich bin damit trotzdem zufrieden. Ich stehe jetzt 3-0 gegen... Der neue Galio ist eigentlich richtig, richtig, richtig stark. Viele können irgendwie mit dem nicht richtig umgehen. Okay, ich sehe schon in den Kommentaren, du kannst auch nicht mit Klett umgehen, aber... Die interessieren mich nicht. Ich spiel Klett auch nie. Ich sehe schon in den nächsten Kommentaren, ich spiel Galio den neuen auch nie. Yeah. Ja. Komm, ja, den hab ich. Ey, ich hab grad wirklich, glaub ich, wenn ich das richtig gesehen hab, mit meiner Q, äh, die Warwick-Ulti gedodged. Also, wirklich mit so einem Gefühl, so einem Millimeter einfach so, fick dich, stand vorbei. Das war richtig, richtig geil. Ja, ich sag jetzt das nächste, was wir jetzt mit dem Wort. Den kann er ja auch nicht auf sich sitzen müssen. So, ich hab schon wieder meinen Teleporter, also ich bin auch mal wieder auf der Lane dann, ne? War richtig, richtig unnötig. Ah, das war schön, das hat mir gefallen. Das hat mir super viel Spaß gemacht, die Aktion. Einfach nur die Warwick-Ulti so ein bisschen fick dich, so zu, so zu sagen. Der jeden ist doch nicht meine Stärke. Ich hab die Klappe trotzdem nicht. Wir haben Fiddlesticks im Jungle, oder? Ne, im Jungle, hä? Ne, im Jungle ist der Lier, ja, kack drauf. Oh, ich bin farnisch dem Schwerte, wenn ich den nachtischesst. Wie liebe ich denn jetzt halt nicht, wenn ich den Fourthanface, muss der eigentlich immer noch trainieren. Ach, Geile ist doch immer wieder schön. Warum spielt eigentlich niemand Klett im Solo-Queue oder halt auch im Normals, was ich mal unter Solo-Queue jetzt einfach erzähle? Ähm, ist der gar nicht so schlecht? Die allgemeinen Tanks sind halt relativ gut spielbar und Klett ist sogar echt so kacke. Sorry diesmal nicht. Technisch bin ich an ihnen immerhin nur ein bisschen rangekommen. Wie viel Sex habe ich? 125 von 150 Lives, das ist so schön. Wirklich, wenn ihr mal irgendwie Lust habt, was Neues zu spielen spielt, einfach eine Runde Klett. Der gute alte Klett kann nie schaden. Gut, gut und alt, gut, ja, alt, nein, aber ihr wisst wie es ist. Was ich mal interessieren würde, schreib es mal einfach in die Kommentare, wenn ihr es noch wisst. 30 Jahre war der erste Champion, den ihr sozusagen gespielt habt und welcher war der nächste, der rauskam? Damit man so in etwa einschätzen kann vielleicht seit wann ihr so spielt. Wie das euch daran noch so wirklich erinnert. Weil ich tue das zum Beispiel. Mich fragt jetzt aber glaube ich gerade nicht welchen, weil ich glaube ich habe es aber auch schon mal gesagt. Ich sag das jetzt gerade trotzdem nicht. Und ich weiß auch noch welcher der erste Champion war, den ich kaufen wollte und dann habe ich den Platz gesehen und habe mir so gedacht niemals. Den werde ich niemals besitzen innerhalb der nächsten 10 Jahre und dann hatte ich einen Platz danach. Was ist das, was das geht? Ja, Phil Sticks. Fahr auf zu Feeden, vielleicht findest du ihn nicht. Ach, ist das nicht schön. Der Halu wird aber erst tankel und dann wird das nervig. Beim ersten Mal Ich hatte erst mal so gedacht Man soll die W sozusagen Ich spiele immer mit Smartcast Aktivieren für den ersten Effekt Und reaktivieren für den zweiten Finde ich ist ein bisschen doof ausgedrückt Weil wenn man da nicht drauf achtet Wenn man das erste Mal spielt Hält einem vielleicht nicht sofort auf Dass es kein zweites Aktivieren gibt Man muss W gerückt halten Wenn du Smartcast spielst Und das ist ein bisschen doof ausgedrückt Ist es zu Stress oder was? Was will der eigentlich? Ist es zu Stress? Ja, komm rüber Diana Storm Hat schon ein bisschen Amor Muss man erleben Wie stark sie wirklich ist Ihn darf ich ungern aufgrund seiner W Die echt nicht schlecht ist Der wird auf jeden Fall genervt werden Was ich schade finde Weil ich denke irgendwann Die Leute werden ihn eh nicht mehr großartig auspacken Um ihn zu spielen Und so leuten die mehr Den er Spaß macht Und wie viel Spaß da Hab ich kaputt gemacht Kann ich vorhin noch ein bisschen live mitnehmen? Also chillt Warum bin ich so langsam ohne Klett? Also ohne das Vieh unter mir Keine Ahnung was heißt Lauf, 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 lauf Ich weiß nicht von wo der kommt Aber hier kommt jetzt eigentlich nicht mehr lang Alter Ich stehe 6-1 Nice Weil das ja gerade hätte besser laufen können Muss ich ehrlich sagen Da hatte ich so ein bisschen Angst vor mir eventuell Das habe ich schon gekauft vorhin What? Stimmt, ganz zu Beginn Ich erinnere mich Den falschen Minion angeportet Was willst du eigentlich? Guck mal Fight, wenn ich nicht unter deinem Tower stehe Toll, da kommt jemand in meiner Aufnahme Warte mal kurz Ja, bin ich Warum? Ich nehme gerade auf Was gibt's denn? Ich nimm es nur auf Loll Ach schön Hallo YouTube YouTube rüst zurück Doch nicht schlafen? Doch, aber ich muss dir halt gerade noch flicken Was musst du? Küche spülen und Nicht die Küche Sondern halt den Scheiß in der Küche Achso Und mich mit meiner Schwester anlegen Warum das denn? Also wenn es nicht für YouTube ist, erst nach der Aufnahme bitte Ja halt so sind Was Geschwister halt so sind Okay Also das typische Ja Die Klassiker, okay Jetzt mach ich mal kacke Aber nicht wegen dem, was mit mir zu tun hat Du weißt ja was Achso, nein Okay gut Mal gucken, ob ich den Welten jetzt krieg Boah, es war jetzt relativ einfach hinzukriegen Ah, wir gewinnen gerade eh schon Schön, toll Danke Es geht wieder los, die Pollen sind da So Ach stimmt Sag mal YouTube, ob jemand von denen noch mit in den Moviepark fahren möchte YouTube, wer von euch möchte mit in den Moviepark fahren? Schreibt einfach mal Schreibt es mal unten in die Kommentare, ob jemand mit möchte und einen Reisebus zufällig beratet Ich glaube nicht Wir würden was springen lassen Aber die wenigsten haben einen Reisebus Jetzt nachher so 500 neue Nachrichten im Postfach von Leuten, die das machen würden Ja, das könnte passieren Kinder, die mal zufällig auf dein Video gestoßen sind Ja, ich hab ja einen Reisebus vom P-Mobil Du bist böse zu den Leuten, die dieses Video guckt Nein, ich bin böse zu den Leuten, die eigentlich noch gar nicht alt genug für YouTube Meine ja Mir aber nicht ganz sicher Ja, theoretisch, da du die AGBs akzeptierst Du ja mindestens teilweise geschäftsfähig sein, oder nicht? Wovon? Nee, garantiert nicht Ich weiß nicht, wie das so ist Wie wichtig wie was? Ich hab nur gesagt, komm drauf an Die Leute müssen heute schon so viel in die Kommentare schreiben Ich hab mir was gesagt, bevor du darüber hast Was geht so nicht? Du nutzt meine Leute aus Mein Gott, ist der Finish-Six scheiße Hä? Das wollte ich dir noch nicht vorstellen Übrigens, Vanessa hat Florian dazu gezwungen Deine Nachrichten bricht, also deine Stimme bricht immer ab Du musst, glaube ich, die Aktivierung runtersetzen Ach so, okay Ich habe gesagt, Vanessa hat fertig gebracht, Florian für den Moviepark zu zwingen Echt jetzt? Ja Ja, der wäre so oder so mitgekommen, sei ehrlich Er wollte eigentlich nicht GG, okay, die Gegner haben aufgegeben Ja So kann's laufen Ich nenne die Folge Monkey der Champion, das musst du dir jetzt bewusst sein, ne? Oh ja, clickbaiting Ja, ganz sicher Jo, ähm Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal Bis dann, ciao Tschüss Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal nicht anders Das ist dann Ich würde sagen, wir sehen uns dann Und wenn wir sehen uns dann Ethernet